Hallo ihr Süßen, ich habe euch heute der Lehrer von Ava Hall mitgebracht. Es ist der dritte Band einer Reihe, aber in sich abgeschlossen. Ihr müsst die anderen Männer nicht kennen, obwohl der Sheriff in diesem Band einen kleinen Gastauftritt hat. Immer wird aber nicht gespoilert. Das Buch ist Dark Romance und am Anfang konnte ich die Protagonisten nicht leiden, aber sie haben sich echt weiterentwickelt. Also, es lohnt sich durchzuhalten, finde ich. Hallo ihr Lieben, ich habe heute Der Lehrer von Ava Hall mitgebracht. Das ist der dritte Band der Kings of the Underground Reihe und für mich der zweitliebste Band der Reihe. Also, bei dem Buch muss ich auch wieder eine Triggerwarnung aussprechen. Die Themen Vergewaltigung und Folter werden thematisiert. Und damit wollte ich euch nicht einfach so hängen lassen, also deswegen die Triggerwarnung. In dem Buch geht es um Shane. Und Shane hat einen Job zu erledigen. Er muss Literatur unterrichten in einer Schule für reiche Sprösslinge krimineller Familien. Dumm nur, dass ihm direkt am ersten Tag eine Schülerin querkommt. Angel, die ihn in den Wahnsinn treibt. Er will ihr ihre Frechheiten austreiben, aber gleichzeitig will er sie auch besitzen. Er will sie beschützen und vernichten. Dann treibt ein Mörder sein Unwesen auf dem Internatsgelände und seine Opfer sind blonde Schülerinnen. Blond wie Angel. Anfangs mochte ich beide Protagonisten überhaupt nicht. Angel wirkte wie eine richtige Rotzgöre, total frech und einfach unerträglich. Shane war zum Kotzen arrogant und eiskalt. Ich dachte mir nur, oh je, wo soll das hinführen? Das Gute ist nur, dass sie sich deutlich weiterentwickelt haben. Anfangs sieht man von Angel nur diese Seite, die übersättigte, gelangweilte Rotzgöre. Sie glaubt, sie kann sich einfach alles erlauben und allen auf der Nase herumtanzen. Damit ist sie allerdings bei Shane an der vollkommen falschen Adresse. Doch in Angel steckt unter ihrer Fassade ein ganz anderer Mensch. Ein viel, viel sympathischerer Mensch. Shane ist am Anfang eiskalt, total berechnend und einfach mega unsympathisch. Ja, er hat dunkle Fantasien über Angel, aber vor allem ist er halt wirklich eins. Kalt. Man kommt nicht an ihn heran, bis er es will. Aber auch in ihm steckt viel mehr, als man es vermuten würde. Er entwickelt sich wirklich toll. Ja, bis er wieder in den A-Pum-Pum-Pum-Modus schaltet. Die Sexszenen sind heftig, aber bis auf eine fand ich sie nicht so schlimm. Es geht hart zu, aber es ist freiwillig. Obwohl ich die Hintergründe verstehen kann, fand ich die eine, die aber nicht freiwillig war, echt total daneben. Das war eine A-Pum-Pum-Pum-Pum-Nummer und das hat mich wirklich schockiert, weil ich gehofft hatte, dass es nicht passieren würde. Wie gesagt, für die Story ist es wichtig, aber ich persönlich hätte es anders schöner gefunden. Was mir wirklich gut gefallen hat, war, wie sich die Protagonisten entwickelt haben. Beide, Shane und Angel, haben sich stark gewandelt, bis sie endlich anfingen, ihre Masken abzunehmen und sie selbst zu sein. Was mir leider nicht gefallen hat, war die Wendung. Das hat für mich irgendwie nicht richtig gepasst. Ich hatte Shane anders eingeschätzt. Der handelt da einfach nur verdammt doof und handelt allem zu mir, was er zuvor gesagt und getan hat. Dieser Band hat mir nicht so gut gefallen wie der Sheriff, aber besser als der Caretaker. Anfangs mochte ich beide Protagonisten überhaupt nicht, aber sie haben sich deutlich weiterentwickelt und als man endlich hinter ihre Masken schauen und die echten Charaktere entdecken durfte, waren sie mir auch sehr, sehr sympathisch. Für mich hat die Wendung nicht zu Shane's sonstigem Verhalten gepasst. Ich fand, er hatte einfach echt doof gehandelt und einmal ist er mir auch deutlich zu weit gegangen. Von mir bekommt das Buch 3,5 Sterne. Das war's dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss!